Hallo, hallo, hallo. Heute spielen wir mal Mine Kraft. Ich mach mal eben Tag. So. Äh. Okay. Cold, Swag, Villager, Sin Air. Nice. Temp, Improved Scale. Okay. Nice. Overworld. Okay. 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 Red Journal. Rift Token. Okay. Ad Astra ist auch dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Okay. 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 Wie heißt das? What? Untertitelung des ZDF, 2020 Wie heißt die Mod? Okay, ich finde die nicht. Okay, ich finde es nicht. Okay, ich finde es nicht. Okay. Oh. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, nice. This is an air-villager-comfo, okay. This is an air-villager-comfo. So, und? This is an air-villager-comfo. Ah, schade. So, 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 nice. Mal gucken, ob ich die hier finde. So, 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 okay, ich muss jetzt irgendwie erstmal rausfinden, was das für eine Mod ist. und ich will jetzt nicht schon direkt wieder sterben. so, 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 Oh! Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaah Wow. Wow. Okay, jetzt habe ich was gesehen, vielleicht ist es die Taste 0. Okay. 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 So, hey ho. Ich test grad mal was Neues bei Minekraft Und zwar hab ich den Oh Gott Das Steam Punk Modpack Runtergeladen Und Ich wollte es mal austesten, nur ich Hab sehr lange gebraucht Um das Tooltip Menü in der Mitte zu setzen Wechselt I 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 Okay. Cool. 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 video so geil fand ist du siehst unten du siehst hier die temperatur man muss sein seine temperatur hochhalten man muss höhlen belüften oder ein beatmungsgerät holen weil man sonst ersticken kann da sind echt coole sachen mit drin ja also ich hab da gerade richtig bock drauf und auch mal was neues ich habe gestern dragons dogma 2 durchgespielt und habe jetzt gemerkt dass ich irgendwie nicht so recht lust hatte noch atm aktuell weiter zu spielen das heißt jetzt nicht dass ich das nicht weiter spiel aber irgendwie heute war es so fängt das jetzt auch noch an zu schneien so Okay Mein World Spawn ist hart kacke aber Oh Gott Ein Schneeleopard The hell Ja also das Führt hier ein paar mehr Sachen ein Aber du siehst hier zum Beispiel auch Essen kann ein Qualitätslevel bekommen Du kannst Irgendwie Wie heißt es gleich noch Willager Verbessern Die brauchen gewisses Komfort Level Damit die Sachen machen und 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 Also das fand ich Nice Wie heißt es Vielen Dank. No. Oh. 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 Nicht schon wieder. Oh. 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 Alright. Tinguarian seashell. Oh. 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 Oh, Potatoes. Können uns Pommes machen. Oh fuck, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eigentlich heute einkaufen gehen wollte. Was ich sogar war. Aber ich habe vergessen, Pommes zu kaufen. Ich wollte nämlich Pommes heute essen. Pommes heute essen. Pommes heute essen. Oh. 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 Oh, cool. Oh. Oh. Was ist das denn? Wooden Eggs. Was ist das denn? 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 Oh. Oh, thank God. Amen. Alter. Oh Gott, was ist das denn? Mulberry. Oh oh. Das ist ein bisschen hart, das Spiel, glaube ich. Oder ich bin einfach nur unfähig. Eins von beiden. Okay. Das ist ein bisschen hart, das ist ein bisschen hart, das ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen hart, das ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen hart, das ist ein bisschen hart. 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 Na, ich friere schon wieder. Ich glaube, ich bin auch in einer Region gelandet, die nicht so ganz vorteilhaft ist. Ich bin auch in einer Region gelandet, die nicht so ganz vorteilhaft ist, aber nicht so ganz vorteilhaft ist, aber nicht so ganz vorteilhaft ist. Ich bin auch in einer Region gelandet. Ich bin wohl nicht vom Anhaltsort bekommen. Ich habe den Anhaltsort bekommen. Ich habe den Anhaltsort bekommen. Hast du das nicht? Ich bin wieder vom Anhaltsort gekommen. Damals oft bekommen. Okay. Okay, wir müssen ganz schnell in unsere Bude. Ich denke mal da unten die 89 zeigt jetzt an, dass wir kurz vorm Erfrieren sind. Okay. Oh. Vielen Dank. Whoa. Oh. Oh Gott. Und beim Gunner getötet, okay. 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 Oh nein. Es scheint so, als ob diese Mod ein wenig schwerer ist. Ich bin mir aber da unsicher. Oh Gott. Okay. 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 Ah! Ah! Und Versuch Nummer 47. Und Versuch Nummer 47. Schaffe ich es jetzt? 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 Oh. Oh. Schaffe ich es jetzt? 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 Oh. Oh. Schaffe ich es jetzt? Ach. Gott sei Dank. Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Oh. Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Ja. Ja und hier bin ich es jetzt? Ja und hier bin ich gerade aktuell einfach nur am gucken. Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Ja. Schaffe ich es jetzt? Oh. 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 Oh oh. Äh, aktuell sehr viele Tode. Muss ich leider sagen. Muss ich leider sagen. Das hat nichts gebracht. Das hat auch nichts gebracht. Und nirgendwo sind Schafe. Das ist doch verarsche. Oh, was ist das? Oh, was ist das? In Russia? Oh Gott. Oh, was ist das? Das ist ja anstrengend, das Spiel. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. 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 Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Danke schön. 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 Danke. Danke. So. Options. Texture Pack. Danke. 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 Oh. 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 Okay, interessante Kombination mit den, ähm, wie heißt es gleich noch, mit den Möglichkeiten, das Ganze zu upgraden und, und, und. Und, und, und. Und, und, und. 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 und. Und, 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 und. Untertitelung. BR 2018 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 Ich wollte mal gucken, was es hier für Mods gibt. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Okay. 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 Mal gucken, ob das funktioniert. 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 Mal 104. ALTONNEK OCH Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 So... ... 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 Okay. Oh, guck mal, ein Regenbogen. Cool. So, dann holen wir uns ein bisschen Sand. So, dann holen wir uns ein bisschen. So, dann holen wir uns ein paarstellen. So Oh 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 Hello So weit ganz gut und dir Oh Gott Warum denn das Das ist echt nicht cool Oh Hast du zu viel Gegossen Ja man muss Da echt auf Alles achten Es kann auch sein Dass die einfach zu viel Licht hatten Oh 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, also interessanterweise kannst du glaube ich für jede Zimmerpflanze googeln, wo die richtige Position dafür ist, was schon an sich ein bisschen bescheuert ist, aber ja. Und auch, wie viel Wasser die brauchen und und und. Ja, diese besonderen Pflanzen brauchen warm und viel Licht. Ja, und kein Brokkoli, ne? Ja. Ja, 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 Ok, auch ne Maßnahme. gut Vielen Dank. 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 So, control, two, Guck, 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 guck. Das war's. So, dann puddeln wir mal weiter nach unten. Das war's. Alter, auf was für einer Höhe befinden wir uns denn? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt ein bisschen Eisen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Mal gucken, ob die wachsen. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 2, 6. 1, 5. 1, 5. 1, 6. 1, 6. 2, 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. Jaw. 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 Schade, dass der jetzt weg ist. Oh. Hehehe. Okay. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ich ein bisschen Eisen farme, wie jetzt gerade. Und dann wollte ich mit Create anfangen. Oh. Oh, cool. Okay. Next. Oh. 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 Mm-hmm. Aber das mit den Create-Sachen finde ich immer geil. Also zuzugucken ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier selbst mache. Das ist das erste Mal. 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 Das ist das 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 Mal. Vielen Dank. Oh nice. Und der will das dann morgen veröffentlichen. Vielen Dank. Okay. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann da auch mal gucken. Ja, da muss ich dann... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was soll? 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 Jaaaahhhhhh Noch ein Schlag! Und 40 mal gestorben, aber ok. Was soll? Nice ein Frenzy Night erledigt. Was auch immer das für Erfolge bringt. Was soll? Eigentlich wollte ich ja so Sachen killen. Ich glaube ich kille mal die Rancher. Ich glaube ich kille mal die Rancher. Wenn du bist, warum ich immer das für zu tun habe. Oh, es soll zu tun. Das ist das. Das war's für mich. Ich hoffe dir. Das war's für heute. Das ist es das war's für heute. Ich hoffe ich will. Ich hoffe es zu sehen. Ich hoffe es, ich möchte etwas Zeit. Ja, also das ist eindeutig sadistisch veranlagt. Ein Stick. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was steht denn hier auf der Beschreibung? Das war's. 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 Schlechte und solche Sachen. Amen. Amen. So ganz gut, ich äh sterb nicht mehr so oft. Ähm. Tronic, du sagst jetzt nichts. Ähm. Jo. Ne, äh, ich hab eben grad gegen den, äh, äh, Knight gekämpft und der hat mich instant immer, äh, One-Shot-Kill gemacht und dann hab ich jetzt nochmal irgendwie 20 weitere Tode dazu bekommen oder sowas. Ja. Ja. Hahaha. 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 Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber zum Glück hab ich ja endlich ein Bett gefunden wodurch ich nicht immer ganz hinten spawnen muss. Ja. 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 Okay. Das war's für heute. So. Oh. Ist auf schwer gestellt. Kann ich hier. Ne ist aber auf schwer gestellt. So. 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 Oh! Das hier sieht echt nice aus. Oh Gott. Der ist... Es gibt flach und dann gibt es sowas. Das ist ja schon... Flach, flach. Oh! 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 Ja, er war... Es waren flaches Strichmännchen, aber der Witz war sehr flach. Das Ebengrad war gemein von dem. Oh, kacke. Ich habe mich eingesperrt. Ah, aber ich kann ertrinken. Dann würde ich sagen, ersticken wir mal eben kurz. Ja, ich kann ertrinken. Ich kann ertrinken. Ich kann ertrinken. Ich kann ertrinken. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, ich werde auch mal gucken, wann ich da mal reingucken werde. Ups. Ja, die ist gerade, die zweite Tastatur ist flöten gegangen. Ups. 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 Ja doch, äh, brauchen tue ich das noch. Weil ich gerade keinen Zugriff auf den PC habe. So. Es ist broken, werden wir mal gucken, dass wir eben zurückkommen. Und wir sind wieder oben. So. 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 Das ist gut. Gab es nicht irgendwie so ein Ohr? Ja, hier. Ja, hier. Okay. Oh, nice. Okay. 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 So, ich wollte mal gucken, ob ich eben eine... wie heißt das gleich noch ein Schwert upgraden kann. What blade? Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, 1400 Blöcke. Nice. Ich habe einen Raw Rabbit bekommen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, ich habe nichts zu essen dabei. Oh, was ist das? 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 Cool. Ballern wir uns ein ganzes Hühnchen rein? oh genau das brauchen wir Romischer Turm oh paper white carpet string okay ah es ist ein Slapfish okay okay cool auch gebraucht dann können wir jetzt gleich denke ich mal ein bisschen was herstellen was ich gerne haben würde zwei Sachen so Und wollen wir doch mal einen Elk angreifen Ich habe irgendwie Angst, dass ich da dran sterben werde Ich habe nichts anderes erwartet Sandstone, okay Oh, read Oh Schön ordentlich Sugarcane Äh, was? Mein Erfrierungsgrad geht gerade überhaupt nicht nach oben Ja, ich versuche gerade irgendwo Leder oder Wolle zu bekommen Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig Aber meine Farm muss gleich aufgelöst werden Und dann bauen wir dort Ähm Dingenskirchen an Und mit Dingenskirchen meine ich Äh, Sachen Wie heißen die denn? Wieso fällt mir denn der Name nicht ein? Ich muss mal nachgucken, wie das heißt So Da Flachs Ich muss mal nachgucken, wie das ist So, wir bauen jetzt gerade Flachs an. String Leather Verdammt. Ach Gott sei Dank. So, also Sinn. Ähm. Hier. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh. Rotten Leather. Ja, Hemp habe ich aber nur ein. Äh. Ein. Genau. Einzieht so. Bis dahin. Oula. So. Das war ne dumme Entscheidung. Huh. Äh, äh, äh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What are you? Er hatte Leder. Wir können dieses hässliche Buch bauen. Ah, nice. So, wir brauchen einen... Oh, ich kann... Oh. Ability, Skill, XP Bank. Abilities. Oh, ich habe ein Crafting Table. So, ich habe... So, ich habe ein Crafting Table. Ich habe ein Crafting Table. So, ich habe ein Crafting Table. Okay. King of the Ladder. Krieg es schon bald. Cutting. Options, Control, Keybinds, Improve. Skill. Untertitelung des ZDF, 2020 Was the fuck ist da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kriegst du gar nichts mit und kommt da so ein komischer Geist angeflogen. Okay, nett. Okay. Oh. Und wieder zurück. Okay. 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 Und ich habe keine Fackeln dabei, ich bin ein Idiot. Oh. Okay. 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 Äh, nice Äh, nice Äh, nice Cool 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 Nice Oh cool Oh Was ist das da oben? Ach, das sind... Okay Und was ist das? Ah, Deep Slate Ore Abyss Quartz Duh Das war's Ei Oh Oh Oh, oh, den will ich nicht Oh, oh Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, ich hab mich verlaufen. Aber ich weiß, wo ich bin. Gut. Ja. Bin ich aber Profi drinne. Ach, den Death hat er angezeigt. Okay. Das ist natürlich problematisch. Deswegen hab ich's nicht gefunden. Tja. So. Wir sind wieder zurück. Okay. 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 man kann dann hier verschiedene sachen bekommen und dann sachen freischalten jetzt brauchen wir erstmal die 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 ULTA LENZE The Eater, the end. Ist ja wild. 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 Nee aktuell nicht Aber ich denke mal da werde ich dann auch nochmal wieder reingucken Oh Gott Aber ich habe hiervon ein paar Videos und so weiter gesehen Und da hat es mich gerade echt hart gekickt Aber ich habe hiervon ein paar Hände Oh. Oh. 1.19 glaube ich. 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 Amen. Oh. Äh, Flux geht, aber davon brauchen wir mehr und ich hatte das Gefühl, Industrial Hemp macht bedeutend mehr, also gibt mehr Output. Genau. Das war die Idee dahinter, dass wir den nehmen und dann für diese Segel. Genau, deswegen mache ich das jetzt mit den anderen. So. Casing. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, man kann das Aussehen ändern. Okay, nice. Okay, nice. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Diese Headcrabs sind auch nervig. So, wie viel brauchte ich? 4, 4. So, wie viel brauchte ich? 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 So, und dann mal gucken. Wie wird das jetzt hier gut machen? Wie wird das 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 hier gut machen? Alter, bauen kann ich auch nicht, offensichtlich. Man kann nicht einen Schlüssel. Man kann dann den Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, den Schlüssel, den Schlüssel. Man kann einen Schlüssel, die Schlüssel wiederholen. Ich habe einen Schlüssel. Okay. Ich bin echt nicht der Beste für solche Spiele. Ich bin echt nicht der Beste. 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 Ich bin echt 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 der Beste. Ja, definitiv war das Absicht und ich bin nicht einfach nur von der Shift-Taste runtergekommen oder so. Ich bin echt der Beste. 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 Oh. Sieht hier aber cool aus. Oh. Oh. Cool, und hier ist ein anderes Season oder was? Hat sich ja jetzt schon gelohnt. Oh. Cool. What the fuck? Okay. Horsehead. Okay. 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 Oh. Oh, tolok. Oh, oh. Was bist du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Hilfe. Oh. 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 Oh, oh. wieder. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh. 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 Das war's für heute. Okay. 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 Oh. Oh. Was bist du denn? Okay. 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 Kann man die irgendwie klauen? Okay. Ähhhhh. Gott. Das war ein sehr unangenehmer Ton. Oh. 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 Okay. Das ist wieder so ein Lonesome. Das ist wieder so. Da ist noch ein Haus. Oh, eine Kartoffel. Oh, ist das ein großes Haus. Oh, das ist wieder so. Oh. 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 Ist da unten ein Dorf? Oh. Schafe. Oh. 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 Elefanten will ich nicht. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sieht cool aus Oh Nee, die brauche ich nicht Oh Oh, fuck. Fuck. Ah. Fuck. 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 Okay. Das war's für heute. So, jetzt bräuchten wir vier Faden. So, dann mal wieder zurück. Oh, was ist das denn? Unchailed. Unchailed. Oh. 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 Nice. Okay, damit haben wir das geschafft, was ich schaffen wollte. Farmer's Delight. Cool. Okay. Uh, Create Vapepoint. Ich bin Lakel. Ich bin Lakel. Ich bin Lakel vor Ort. Da bin ich unterwegs. Aber sonst schönen Abend dir und danke fürs dabei sein. Hi John Miller. The stream is going fine. Thank you. Thank you. So. 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 I. So. 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 . So. . So. . So. So. I. I. like. . So.